Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play for the Hunter. Diesmal wieder mit dem Jonner. Hallo. Hallo. Wir wollen heute auf europäische Kaninchen gehen. Und ich würde sagen, wenn wir Bauten gefunden haben, seid ihr wieder dabei. Bis gleich. So Leute, hier sind jetzt ein paar Bauten. So sechs Stück. Also da oben sind drei. Eins, zwei, drei. Es sind noch zwei bis sieben. Oben ist noch einer. Da ist noch einer. Da und hier bei mir unten. Und da. Ja sieben Stück stimmt, ja. Jo, und wenn wir einen sehen, melde ich mich wieder. Bis gleich. So Leute, da ist jetzt einer. Da hoppelt einer. Da. Der liegt. Und der andere hat er geschossen, jo. Und ihr seid wieder dabei, wenn wir den nächsten sehen. Bis gleich. So Leute, da vorne ist jetzt wieder ein Hase. So, der liegt auch. Und ihr seid wieder dabei, wenn wir den nächsten sehen. Bis gleich. So Leute, da oben. Ja, da oben ist jetzt noch ein Hase, hat er gesagt. Da. Ähm. Okay, er liegt auch. Jo. Jetzt haben wir schon fünf Stück. Ist ja eigentlich eine ganz gute Beute. Und jetzt haben wir ihn hier mal ein, weil der John muss jetzt gleich mal aufhören. So, 1570. Ah, 25. Rabbids. So. Ah, Weidmannsteil. Gar nicht so schlecht. Weidmannstank. Oh, die habe ich jetzt genackt getroffen, ey. Ne. Doch, das war meiner. Das erzählt für mich. Warte, lass mich den aufsammeln. Das ist nämlich meiner. Ach, Mann. Ja, okay. Oh, der ist auch gut. Ja. So. Mal sehen, ob hier noch Spuren sind. Warte mal. Spuren schauen. Also zwei Hasen sind noch da. Mindestens. Wollen wir uns noch mal hinsetzen? Ah, ne. Hier sind noch mal noch mehr. Äh, darfst du noch bisschen? Frag mal. Was? Frag mal, ob du noch bisschen darfst. Ne. Ja, okay. Ähm, ich würde sagen, wenn wir den nächsten sehen, seid ihr wieder dabei. Bis gleich. So, Leute. Da ist jetzt wieder ein Hase. Den werde ich jetzt mal schnell schießen. So, der liegt. Da oben war auch noch einer hat gesagt. Ist wieder rein. Da liegt, glaube. Also getroffen habe ich nicht. Ah, zumal schon. Dann mal den noch schnell ein, dann muss ich los. Ja. Oh, der ist nicht schlechter macht man Foto. Weil die vier haben wir jetzt schon geschossen. Die 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 haben wir jetzt schon geschossen. Und jetzt sieben, also das ist schon eine gute Beute. Also würde ich sagen, wir machen erstmal Schluss. Ach man, er packt so der Hase. Ah, es ist vor mir. Der war gerade vor, er wollte ich zu dem nächsten. Warte mal schon, ob ich jetzt noch Spuren, da sind dann legen wir zumal hin, okay. Okay, warte mal. Da sind noch ein paar Spuren. Komm, legen wir uns nochmal hin. Ja, wir melden uns dann wieder, wenn der Nächste da ist. Bis gleich. So, Leute, das war's jetzt mal wieder. Ja, und ihr könnt mir dann wieder Kommentare, Likes und Abos dalassen, wenn ihr wollt. Und John, willst du auch noch irgendwas sagen? Äh, wir haben sieben geschossen. Eigentlich eine recht gute Beute für europäische Kaninchen. Und ich find's sehr gut. Und... Also schreibt's mir jetzt mal in die Kommentare, was sie als nächstes machen soll. Und... Tschüss! John, sag's auch noch. Ja, genau. Okay, bis imnächst. Ciao!